I know that it's a secret and I gotta keep it but I want the lights on, yeah I want the lights on Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TTT Heute über den Fabian, der Gangster Ray, Butterab Jr. und dem Masch Parade einsitzen Wir spielen die Mods in der Map Nexus Nexus Habt ihr schon Waffen gefunden? Ja natürlich Simon ist bei mir, Simon ist bei mir, Simon, Simon, Simon Junior schießt, Junior schießt Ja halt, 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 halt Weil er hier die Leiche hat Achso, okay, okay, dann ist der Ray Was? Dann wurde er schossen Fabian schießt Was? Ja ich schieß, weil die alle schießt Fader, 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 hab mal kurz Identifizieren mal kurz Pfff Was war das jetzt? Und Fader, die sind wohl Inno gewesen Ja super, danke Ja, ich war Inno Ich auch Du hast auch viel geschossen Okay, das war ne Kurzschlussreaktion Alter, was war das denn? Hab doch alles Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Ja, passt mal auf Keiner hört zu Ich sag Gangster Und er knappe mich einfach ab Keiner sagt was Ich hab dich nicht gehört Ich hab den anderen Gangster getötet Ja, Fabian Ja, voll geil Kein Problem Warte, was ist das? Komm Simon Ich bin mit dem Simon unterwegs Nur zur Info, ne? Ja, Fabian Geh mal rein Ey, wer ist da? Ich hab dir das da Schöne Mann Komm raus Ey Junior, Junior ist bei mir Junior ist bei mir Ich Oh, wirst du mir, oder? Ich geh unten hin, du gehst oben lang Okay? Okay Oh, Alter Aufpassen Oh, Ray ist bei mir Alles okay Alles okay, Jungs Alter, hier gibt's voll wie geilen Aufzüge Ja Das ist cool Das ist ne ziemlich enge Map Ja Oh, der kommt runter Wow Pada, Alter What the fuck? Was ist das? Pada, lebst du noch? Bei mir ist alles dunkel Okay, ich glaub Pada ist tot Pada ist tot Pada Da gefährt die Wand wieder hoch Okay, es wird wieder hell Alles klar Du warst ja unten, Pada Pada Da passiert nix Hä? Ist das jetzt der Sackgasse oder was? Ne, ich bin ja grad auch irgendwie der Sackgasse Ich komm nicht weiter Junior Wer war's? Wer war's? Bin ich blöd? Ich glaube, Ray ist auch tot Nee, Ray ist bei mir Pada ist tot Und Gangster war ein Traitor Ja Und Gangster war Traitor Hab da hin Uh, geiler Aufzug Wunderbar Irgendwie komm ich hier nicht weiter Ich hab keine Ahnung, ich renne im Kreis So kleine Zellen, Alter So ne, so ne Gefängnismap Oh Boah, Simon, Alter Ja, ich bin Pufen Ich hätte Arnold sonst schon lange weggemacht Der hat nicht bemerkt, dass ich mit der Platze hinter ihm stehe Das stimmt Du belebt mich wieder Ja Ah, äh Scheiße Aus dem Grab Okay, dann wird's auch noch nicht gewesen sein Da ist echt Gangster Da ist echt Gangster Nämlich geproved, ja Ja, was ist das für ein Loch eigentlich? Ja, warte mal, äh Wer ist da, Ray? Scheiße, ich ziehe Hey, wo kommt man hier raus? Ich hab keine Ahnung, gell? Einfach irgendwo lang gehen Ich bin einfach so klein und ich blick's nicht Ich bin einfach so klein und ich blick's nicht Ja, nicht, so Also DEMON! Wieso legst du mir den Was ist das denn? Geht hier rein? Er wird zerquetscht Ja Marshroom So soll's sein Gut gemacht Also, ich muss mal kurz, äh Junior hat's echter gemacht, oder? Ja Ich bin nur auch hier weitergekommen Ah, hier Geht's weiter Ah Pardosan, Leiche will ich auch noch mischandeln Zack Also Also ich bin jetzt bei Marshroom und er bei dir Fabian, hast du grad auf mich? Ja, Simon Was war das? Wolltest du immer hier? Also Marshroom, du scheinst es nicht zu sein Wie bitte? Hallo, ich bin's nicht Wer lebt denn noch? Arnold? Arnold? Junior? Ja Ich lebe schon noch Ja, ich lebe auch noch Wo bist du? Sind wir jetzt die einzigen, oder wie? Anscheinend Oder stell mal schon Dann ist Marshroom, ja traitor Ja Der lebt noch, der ist schon nicht getötet Oder ich bin grad getötet, weil ich nicht Äh Äh Scheiße, ich hab keine Ahnung Das war Fuck Ich die Map eh nicht, ich hab echt keine Ahnung wo ich bin Holte mich gleich eh irgendjemand weg Und wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung, ich bin bei den Zellen grad gewesen, bist du das Oh fuck, fuck, fuck 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 Junior 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 Sehr gut Ich hab dir vertraut Das war nicht Alter, ich hab mich so erschrocken Alter Vor allem stand der Wichser hinter mir Wo bist du denn hergekommen? Ja, weißt du, ich schieße dir den Kopf Du lebst noch Ich denk mir so nah Nein Bitte nicht Fabi Einfach genau neben mir als du jemanden umgebracht hast Deswegen Ich war tot Ich saß zusammen unten rum Ja, scheiße War schon scheiße, Fabi Ja, aber mein HD-Kollege ist ja gleich abgeraucht Wie so Ja, der raucht nochmal ziemlich schnell immer ab Junior schießt halt direkt, ne? War schon wieder Innocent Er hatte mal gute Zeit, aber nicht erkannt Man konnte die nicht sehen Er hatte mal gute Zeit Bund ist grad gestorben Fabi Wer? Fabian Fabian ist es Alter, nie im Leben Ich bin's nicht Ich bin's nicht Was behauptet ihr aber von mir Der Bund ist grad gestorben Und der hat Fabi gesagt Er hat nicht Fabi gesagt Jungs Amore Gibi du Ich drück grad Ich drück grad C wie so ein Beklopter Weil ich denk so Oh, Mashum und noch jemand sind da in der Tür Dabei war ich gar kein Trader Und Dreck Ja, genau Ja, ich geh wieder Alter, ein Haufen Scheißleichen hier echt Hier seid alle schlecht Alle zusammen hier Könnt ja gar nichts Mashum Ja Du bist Trader Wieso? Ah Ah, ist doch kacke hier Glaub ich nämlich auch Nehmt man schon noch? Nee Das ist Gangster Man Ray, hast du dich nicht gekillt? Nein Warum redet der nicht mehr? Ich weiß es nicht Der war da hinten irgendwo Und dann war er weg Bestimmt beim Aufzug oder so Huckt einer oben Alter Ich vertraue dir Noel Ja Klar Aber abknallen muss ich mich trotzdem Da ist einer drin Ja, ja Ist einer Hörst nicht? Ja, ja, ich weiß Ich hör's doch Ja, also Der ist Trader Sag's dir jetzt einfach so Nein, das bin ich mir sicher Weil Mashum ist da Da rein Mach mal ihn nochmal voll auf Aufzüge Und dann hat er geschrien Und war er tot Also entweder ist er runter geflogen Oder der 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 Geräusche macht Ist Trader Aber die anderen müssen doch auch noch leben Lebt noch jemand? Der Bunte ist schon confirmed Ja, aber der einzigste Ja Ah, Fabian Fabian hat zwei Leute gekillt Unscheinend Fabian lebt nämlich noch Der untersucht nämlich Oh, Mashum war Trader Der ist ja eh schon Das ist gut, Ray? Mashum war Trader Kannst rein Ah, er war sogar selber Trader Okay, dann hab ich ja recht gehabt Die Macht der Krankheit, ja Wenn man krank ist Also, Fabian wird dann eine andere sein Ja, Fabian ist der andere Ich frage ich noch, wo er ist Ich weiß nicht Bei deiner Mom- Meiner Bei deiner Momentale Ja, komm mal her Komm mal her Wir laufen mal zusammen Mehr oder weniger rum Ähm Oh, das geht so in die Hose Ich sag's Ja, wo bist'n du? Ich bin immer noch bei dem Fahrstuhl Ich bin grad nach oben gefahren Ja, aber der haut doch da oben bestimmt, oder? Nee, nee, war nicht oben Hab ich gecheckt Ja gut, die Zeit läuft ja gegen ihn Das stimmt Eigentlich könnten wir uns oben verschanzen Alter, kann doch nur von zwei Seiten kommen Ja, komm da Da ist er doch Ohne besondere Waffe da rein, Fabian Boah, dieser Fick-Minnen-Launcher, ey Ich hab's dann alle drei so lach ineinander da reingelaufen wie die Lemminge Ich mach jetzt Fabian einfach von Anfang an weg Oh, wie geil Ja, Mann, los, komm Komm, wir machen Fabian von Anfang an weg Der ist immer Trader Der ist immer Trader Nein, ich bin kein Trader Aber ich jetzt immer Trader Ich bin im Preparing gerade Ich bin Innocent Jetzt bist du Trader Nein, ich bin Innocent Jeder, der durch meine Tür kommt schlopft Innocent, Innocent Wo bist du denn? Oh, hier gibt's keine Waffen Junior Junior Rey Ey, wenn mich jetzt wieder einer direkt weg, macht dann viel Dreh durch Mach' dir mal einen Pader bitte weg Nein Punt ist auch hier Einer verpisst euch Gibt's da irgendwie Waffen? Ich hab' ne P9 oder was ist denn? Raus aus meinem Raum hier raus Rau Raus Ja, Mann, Mushroom Ich bin beim Mushroom, ich geh mit einem Mushroom in den Aufzug. Ich bin auch ne bessere Waffe haben. Ich bin übrigens ein Trauerwechsel. Hau ab! Ich werde noch ein paar Minuten überleben hier. Ray? Raus da! Weiter kommt ja nix. Fabi, jetzt geht weg da! Fabi hat sich selbst getötet. Auf die gleiche Art, das weiß ich nicht. Ich hab Simon weggemacht, er war Traitor. Wie hast du Simon weggemacht? Weil er mit einem Melon Launcher auf mich zugelaufen kam. Okay, das ist tatsächlich so. Du Noob, Alter! Junior! Das war awesome! Junior, Junior! Oh Junior, geh weg! Hau ab! Hau ab! Ich hab einen Melon Launcher von Simon, verpisst euch! Der, der hier reinkommt, der wird sterben. Ja, ich weiß ja nicht, wo du drin bist. Ja, das wirst du dann schon sehen, wenn du die Tür aufmachst. Ich mache auf jeden Fall die Leiche von Simon jetzt hier, da kommt keiner rein. Aber ich will mich an der Leiche zehren, Alter. Das werden wir ja sehen. Ich will mir der Leiche lieber machen. Das war, glaub, Gangster, der die vor die Tür geschmissen. Ach so. Hier kommt keiner rein. Ja, klar. Da liegt ne Leiche. Fabi ist tot. Ach so, das habt ihr wisst ihr schon. Kommt rein, Jungs. Jetzt ist es safe. Entschuldigung, habt ihr auch gerade so schlechte Ping? Nein. Gut. Du bist ruhig und bist tot. Oh doch, ich hab auch nen schlechte, mutterfuck. Da hinten liegt jemand tot. Hä? Sorry. Da wurde gerade jemand umgebracht. Junior! Junior ist es! Okay, wo ist die hier? Ray, verpiss dich! Ray, verpiss dich! Ray, verpiss dich! Ja, warte! Alter, hörst du nicht zu, Ray! Ach so, ja, okay. Aber da liegt trotzdem ne Leiche, Mann. Opa, der Junge! Ja, das ist Simon! Ach so! Verpiss euch! Lass mich da mal durch. Ich will mal gucken, was hier durchgeht. Alter, fickt euch! Geil! Der Junior ist... Wer ist? Wer ist? Ja, Junior! Ja, raus, ihr Gangster! Raus! Alter, ich nehme jetzt hier dem mein Freund mit. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Du lässt dich schön hier, Alter! Nö, meinst das? Ah! Er schießt immer noch mich! Junior, Junior! Der ist hier! Oh, das war jetzt ein bisschen blöd. Huh? Was heißt hier? Fader? Da liegt jemand! Fader! Alter! Du hast den Meld Launch auf mich geschossen, oder? Fader! Ja, scheiß Aufzug, ey! Der kann abholen! Scheiße! Das wollte ich unbedingt versuchen, Fader! Ich hab's mir denken können, dass du da links sitzt! Aber das war's mir wert! Alter, wie geil ist das denn bitte? Aber ich kann sagen, dass ich die Folge nicht machen kann. Ich hab die ganze Zeit einen Ping unter 10! Ohhhhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhh! Da du rostet doch, Fader! Du kannst ja doch schön alles zeigen! Wie, Ping unter 10? Ist doch gut! Ist echt so! Ach, das hätte ich von Ping im Frame gerade! Ach så, ich wollte gerade sagen! 10 ja der Ping! Ja, 10 ja der Ping! Ok, können wir tauschen! Ich hab noch nicht mal ne Waffe! Lass mich mal durch! Ich brauch ne Waffe! Alter Gangster! Ich glaube, wir müssen mal n Dingsein... Warte mal! Fabi was meinst du? Alter ich hab' nicht mal ne Waffe! Das Fader prison! Alter wer? Wer? Oh, Junior. Junior hat hier was hink... Oh, Junior. Das ist ein Derby. Leute! Er solltet mich auf 15. Super, ihr Penner! Das war... Das war Junior. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... Ich hab gerade das AVP gehört. Arnold! 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 Fuck! 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 Fabian, das ist in meinem Rücken? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin hinter Simon. Ja, Twitter. Arnold! Ich war genau drüber. Das konntest du gewesen sein. Gut! Und ich hab noch silenced! Woo! Da würde ich dich gerne reinstecken, Junior. Wo seid ihr denn alle? Wen habt ihr jetzt gekillt? Hi, Simon. Ja? Junior, da würde ich dich gerne reinstecken. Ey, du kannst mich sowieso wegmachen. Ach, ich bin eh auf 50 runter. Von daher ist das sowieso scheißegal. Hier ist nur ein Unendifizitel. Okay, wer ist? Fabian habe ich noch gefunden. Okay, Fabian. Der war hinter mir. Dann warst du es nicht, dann ist es HD. HD ist der andere. Nee, pass auf. Pass auf. Lass mich Dings da wegmachen, Pader. Weil Pader ist es. Mach Pader weg! Ich bin's nicht. Da kannst nur du sein. Wenn Bunte nicht ist. Wenn Bunte... Ich hab nen Twitter weggemacht. Ja, dann kannst du nur Pader sein. Wo ist der? Wo ist der? War der nicht bei dir? Nee, der ist... Der hier, wo in dem Raum, wo du bist, ist er hin. Von wo er dann weiter ist, weiß ich nicht. Ja, das ist Pader dann. Die Logik habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber egal. Ja, also ich bin... Ich bin Pufen. Also bei mir steht Innocent, deswegen kannst du nur du sein. Ich hätte dich auch wegmachen müssen. Dann muss noch einer leben. Nee. Dann wurde einer wiederbelebt, oder? Das ist keine Ahnung. Hm. Alles klar, Pader ist es. Alles klar, Pader. Alles klar, Pader. Fuck. Hör mal aufs Team, man. Mach mich nach unten. Schatz. Also Simon erzählt ein bisschen Unsinn gerade. Herr Masch, mich konnte ich leider nicht wiederbeleben. Tut mir leid. Kein Problem. Na, Alter. Meine Maus hängt. Fuck. Scheiße. Geil. Der schmeißt ja schon den Schreibtisch zusammen. Da hat was geflogen, ja. Geil, Alter. Oh, Scheiße. Danke, Tommy, dass du mich umgebracht hast. Danke. So, gewonnen hat, glaube ich, Junior. Ja, ich weiß. Mit 31. Dann kommt Pader mit 27. Na, Scheiße. Dann Hadi Gangster mit 20. Ich hab mal gewonnen. Schlecht, dass da ist. Unterab. Danke für's Zuschauen, Freunde. Tschüss. 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 Nemitzös. Tschüss. YINGTREKURZEN.